Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar geht es um diese Karte hier, Anzahl D, 4 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne Schwacher Fuß und das als Rechtsverteidiger. In der Serie A gibt es vor allem nicht so viele spielbare Spieler, was Rechtsverteidigung angeht und das ist einer der spielbaren Spieler, würde ich mal sagen, wenn ich mir so die Stats anschaue. Jetzt gehen wir mal zu den Ingame Stats und die Ingame Stats sind ziemlich gut, bis auf 73 Stärke, das ist so ein bisschen das Manko bei dieser Karte, aber eigentlich von den Stats geht diese Karte aber sowas von klar. Ja, 87 Sprint Tempo ist ein bisschen zu low, finde ich. Wenn er 90 Sprint Tempo hätte, dann wäre diese Karte noch ein bisschen attraktiver, aber ich würde mal sagen, von den Stats ist diese Karte wirklich nicht schlecht. Und jetzt gehen wir mal zu den Anforderungen. So, und zwar brauchen wir einen Serie A Spieler, einen Foot Champions Spieler oder einen Team of the Week Spieler, 85 Rating, 65 Team Chemie und das Ganze ist eigentlich machbar. Ja, die Karte ist nicht mehr lange da und ich würde mal sagen, meiner Meinung nach lohnt sich diese Karte nicht, eher nicht, weil man muss dafür so um die 120k vielleicht ausgeben. Und ich würde mal sagen, wenn ihr Untradable Karten im Verein habt, dann könnt ihr die gerne abschließen, weil dann würdet ihr auf jeden Fall viele Coins sparen. Und ja, an sich würde ich diese Karte eigentlich eher nicht machen. Ähm, diese Karte ist auch gar nicht mal so lange, äh, in der SBC drin. Und ja, das war es soweit mit dieser Karte. Und jetzt gehen wir mal zu Marquinhos. Diese Karte ist auch vor Kürze in den SBCs erschienen. Schauen wir uns mal seine Stats an. Und zwar einmal 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Und von den Stats sieht diese Karte gar nicht mal so schlecht aus. Er hat einen Positioning Change bekommen, ist zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Und jetzt gehen wir zu den In-Game-Stats. Und was die In-Game-Stats angeht, sieht diese Karte sehr, sehr gut aus. Beweglichkeit, Übersicht und Balance könnten ein bisschen höher sein. Vor allem der Stärkewert könnte meiner Meinung nach ein bisschen höher sein. Aber von den Stats ist diese Karte ziemlich nice. Kurzer Pass 94, langer Pass 94. Also kann man sich da eher weniger beschweren. 81 Sprint-Tempo und das als zentraler defensiver Mittelfeldspieler geht eigentlich klar. Und jetzt gehen wir mal zu den Anforderungen. Und zwar brauchen wir einen PSG-Spieler 86er Rating, 75er Chemie. Und ja, von den Anforderungen ist das eigentlich nicht so viel verlangt. Natürlich musst du 120k ausgeben, aber wenn du diesen Spieler gut verlinken kannst, dann lohnt sich diese Karte durchaus. Eine andere Variante wäre, wenn du Untradable-Karten im Verein hast, dann kannst du ihn dementsprechend günstiger abschließen. Würde sich auf jeden Fall auch lohnen. Und ich würde diese Karte auf jeden Fall empfehlen. Sie ist gar nicht mal so teuer. Es ist ein Brasilianer, einer aus der Liga A. Und ja, von da an würde ich sagen, diese Karte kann sich durchaus lohnen. Dann, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und natürlich wird weiterer FIFA-Content auf euch zukommen. Und das war es soweit. Bye.